Schmikkkk! Was ist das neben deinen Schreibtisch, den Pumplaschen? Was möchtest du jetzt hier drin? Schatz, was willst du... warum pennst du nicht schon? Was? Warum pennst du nicht schon? Was ist das für ne Sammlung? Ich bin hier grade am coolen Clip erspielen, du kommst einfach rein, ich sitz grad im Auto und du machst hier miesen. Was ist das denn? guck mal es kommt die sohn weil du nervst man tschüss jetzt gut aber hier um die ecke haben wir dann durch würde ich sagen hier dürfte jetzt theoretisch gesehen keiner mehr sein oder was sagt ihr das hätte ich jetzt erwartet dass hier einer ich glaube sie kennen keiner weil das leise ich bin es gleich vor der dämme ich weil der monte nicht fronzen kann warte auf mädchen gehe ich nicht 0,8 schuhe das gibt maximal einen blauen fleck ich habe mich so eingeschissen jungs ich hasse euch wirklich auf mein leben hasse ich euch und seine uhr tickt sage ich nur seine uhr tickt meine nicht in seinem alter ist es schon schwierig noch eine frau zu finden husky 69 ist frisch dabei bekommen marlon 04 zwei monate bei ma beets 19 monate bei ein maximal ist frisch dabei aber auch kein juckt wieder das arschloch egal top wieso hätte ich fünf jahre früher gesnipet wie ist denn das wenn man das ich werde jetzt sterben aber ich will es probieren mit dem abseilen nur mit den also nur mit den fenstern wirst du ich mein ja monate sagt darf ich kurz vortreten ja habe ich mir gesagt bevor monate fragt darf ich kurz etwas aus meinem der rentar droppen ja wie man das sagt droppe was für die leute jungen 39er alter echt jetzt mal bann ist ja gerade wieder intensiven gun fall kommen ich wieder so ich habe mich so erschrocken man ich habe auch so den herrsinfarkt bekommen ich würde es mir ein schlöpfer es geht nicht viel heute laufen die runde ganz gut und ich habe mir gedacht ach ich habe meinen rucksack hier aufgepäden ehrlich ingo was hat sie denn gesagt kann ich mir eigentlich schwer vorstellen und wenn ja kannst du mir ja mal die minute reinschreiben hörst du auch little peep ja klar little pep ganz einfach hallo 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 ich habe das nur gesagt weil du doch diesen exakt lille peep ich habe das deswegen manche gesagt ich sage wo hast du nicht gestorben ist schatz wenn ihr euch was im shop kauft schatt wäre ehre wenn ihr meinen code eingibt hier über das viereck ich hatte meinen eigenen code nicht mehr dann den schwul was sollte pein gay hey was ist das für fsn willst du mich verarschen egal habe ich euch habe ich euch was getan was soll der scheiß warum kommt da pein schwul pein gay pein schwul hä junge man die verarschen da kommt mein fall auf huch jungs tschau digga was ist das liegt warum kam es da jetzt worauf ich hier in die zeit kam und isa sind sogar schon vier monate zusammen heftig die beiden mann ich wünsche ihnen alles gute für die zukunft ein süßes pärchen ist isa ein mädchen ja wusste die das nicht isa war eine meiner ersten zuschauerin deswegen ist ja nina immer so ein bisschen glaube ich zwischenzeitlich drei viertausend zuschauer digga ne äh pein ist einfach digga aber schick ihm das bitte nicht als clip damit er sich nicht wieder darauf ein keult äh mach ich echt digga pein ist ich liebe pein einfach digga pein ist einfach einfach übrigens korrekter typ auch beispielsweise hier äh bei fordner deutschland heute der clip digga hab ich anders gefeiert freunde hab ich wirklich anders gefeiert hier das ende von von dem jetzt kommt die läuft man die geile olsch dauernd richtig heftigen arsch da drin ja nina schläft ja zum lück schon da kann man es ruhig mal drohen als ich das vor und das erste mal gesehen habe digga das hat mich wirklich aus fast aus meinem dx racer gehauen digga ach ja war das heute? grinsen heftig grüße gehen auf jeden fall raus lol 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 das ist das frechste was ich jemals gesehen habe gesehen wie er da durchgesprungen ist lol er ist einfach er hat mich ja sogar ange- morgen auto alter BAM!! Acht kills! Alter, nice man! Oh mein Gott! Digger, 400! 61 kills in BlackBio4. 61, hast du gemacht? 61 kills, ja. GG's. BW2 Beta war schon so heftig eigentlich. Auf welchen Kanälen das auch immer alles kommt, abonniert, bitte, abonniert. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 9. 10. 10.